Video2Brain bündelt Inhalte für alle im Hauptkanal. Liebe YouTube Nutzer und Video2Brain Freunde, manchmal ist weniger einfach mehr. Für leichteren Überblick und gleichzeitig schnellen Zugang zu unseren auf YouTube bereitgestellten Inhalten finden Sie künftig alle von Video2Brain neu veröffentlichten Videos nicht mehr auf unsere Unterkanäle verteilt, sondern im Hauptkanal. Die Suchfunktion erleichtert Ihnen bei Bedarf nur bestimmte Themen auszuwählen. Wir wünschen weiterhin viel Spaß und Erfolg mit unseren Video Trainings. Bis zum nächsten Mal. 1 1 2 2